Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballot of Gay Tony mit mir, dem Pete. Wie geht's euch? Danke fürs Einschalten. Ihr könnt mir gar nicht antworten. Doch, ihr könnt mir in den Kommentaren theoretisch antworten. Theoretisch. Ich möchte gerne wissen, was diese eine Geschichte denn noch ist, von der unser guter Murray noch gesprochen hat. Ah, guck mal, man kann jetzt hier Triathlon abschließen, wenn man möchte. Ne, aber Murray meinte ja, äh, yo, eine einzige Sache musst du noch machen, dann bist du free for, was auch immer du willst. Und ich will den Nitro wieder haben und scheiß. Ich konnte jetzt übrigens noch nicht die Kommentare vom letzten Video gucken, weil das letzte Video noch gar nicht online gekommen ist. Boah, ich bin so ein fleißiges Lies hier dieses Wochenende, weil ich ja wie gesagt seit Ewigkeiten mein Wochenende so einfach mir nix vorgenommen habe. Und ich dachte so, boah, voll geil, kannst du auf der Couch gammeln und einfach mal nix machen. Und dann habe ich festgestellt. Oh, fuck. Dann habe ich festgestellt. Ne, irgendwie langweilig. Irgendwie saß ich dann da auf der Couch und habe mir gedacht, okay, voll entspannt so. Okay, was machst du jetzt? Da habe ich ja gedacht, Junge, ist ja nicht so, als wenn da nicht noch so ein, zwei Projekte wären, die du weitermachen könntest. Wie beispielsweise GTA. Und irgendwie ist Zocken dann doch lustiger als, ähm, Chill. Zumindest heute irgendwie. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der gute Hardy, ähm, für den Web-Video-Preis nominiert wurde. Mit dem Video, also offiziell wurde der Channel Pete Smith nominiert, aber Hardys Video war da quasi im Grunde, was nominiert wurde. Und das ist, äh, seine erste Folge von Happy Reels, der ersten Staffel. Also, das wurde in der Kategorie Let's Play nominiert für den deutschen Web-Video-Preis. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wie wichtig so ein Preis ist und so weiter und so fort. Ich weiß nur, dass die Verleihung am 25. Mai sein wird. Und, äh, in Düsseldorf irgendwie. Keine Ahnung. Und, äh, ja, wir wollen da auf jeden Fall mit maximal... Also, ich glaube, dass wir es tatsächlich schaffen, mit allen Mann da aufzutauchen. Ähm. Und uns dann mal anzusehen, was da so abgeht. Also, ich habe gehört, dass wir so richtig so mit, weißt du, mit, äh, vorher noch so eine Möglichkeit, dass man uns da irgendwie sehen kann und irgendwie, äh, ja, wow, man kann uns sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, das klingt jetzt wieder total behindert. Aber irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so Mieten wie vorher so Autogrammsmöglichkeiten oder was weiß ich. Und das ist da irgendwie so die Verleihung und so auch so richtig mit Aftershow-Party. Ich weiß gar nicht, was die da alles machen, ey. Aber da sind ja teilweise auch wirklich geile... Also, Moment, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm. Ist halt... Wie sag ich denn das jetzt so? Da sind ja... Ich meine, wir machen ja quasi immer noch Let's Plays. Ist ja immer noch so eine... Ist ja jetzt nicht so viel, wo man sagen würde, okay, du bist jetzt ein Künstler. Weißt du, der... Der jetzt irgendwie was... Was wahnsinnig... Irgendwie was fünf Tage oder fünf Jahre Arbeit braucht. Und du machst da einen Film draus. Und, äh, hast irgendwie... Irgendwie tausend Schauspieler und ein Drehbuch und so weiter und so fort und so weiter. Das gibt es ja nicht bei uns quasi auf unserem YouTube-Channel. Wir machen ja immer noch Let's Plays. Ich meine, Hardis Epiwitz ist natürlich aufwendiger gewesen. Weil mit Facecam und so weiter und so fort. Aber, äh, halt immer noch eine ganz andere Liga. Aber deswegen ist das für uns so ungewöhnlich, dass die uns dann anschreiben. So, von wegen, ja, mit roter Teppich. Und so Preisverleihung und so. Okay. Gut. Gut. Wenn ihr meint. Ähm. Ich meine, wir freuen uns natürlich. Und, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ähm, 25. Mai. Natürlich genau an dem Tag, wo, wo Dortmund gegen, äh, Bayern spielen wird. Im Finale der Champions League. Äh, aber die Preisverleihung ist wohl irgendwie vorher. Also, keine Ahnung. Ich bin, bin echt gespannt. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, was der Typ hier zu sagen hat. Nummer 3. 32! 33! 30... Oh, komm mal! Komm mal, eine weitere, komm mal! Ah! Schraube dich, Morty! Warum musst du so ein Kack sein? Oh, I'm sorry. Oh, fuck you, Morty! Fuck me? Fuck me? You can't fuck me, Baby B. Name one thing you have ever been able to fuck me at. One thing. Huh? I lift more weights. I fly better choppers. I have better cars. I screw better women. Hell, I screw women. My bling ain't CZ and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So, again, one! Hey, Morty. I gotta side with your brother on this one, man. I mean, you're fucking annoying. I mean, I work in nightclubs. I hang out with gangsters. I meet assholes 24 hours a day. But you? You take the cake, man. Aw, jeez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. My little bro who I love more than life itself. Oh! Oh, and you think that you can interfere with that? I think maybe you're taking the tough love thing a little too far, man. I mean, I got sent to juvie when I was 17 years old. I was shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me. It didn't fucking work too well. So maybe try a different fucking approach. Wow, we sind aber hart. Come on, baby B. Let's hug it out. Yeah? Let's hug it out. Okay! I love you. I love you, I do. I love you. It's just, the truth is I'm... I'm jealous. I am. I'm jealous. I'm jealous that you... are dating such a wonderful guy as Luke. Whatever. I'm only kidding. You might... Jesus, you guys are a couple of pent-up queens, I swear. Come on, let's go have some fun, huh? You too, B. Come on, stop sulking. Jesus, you pathetic. I love you, but you are such a pussy. Come on! Excuse me, if I don't trust the pair, you just think for yourself. Okay, ich bin echt gespannt, was der jetzt irgendwie... Moment, wir müssen über die Brücke fahren. Ah, mal öde. Bro, it's good to hang with you. I'm really happy you're along on this ride. Sorry, bro. Are you a-fucking with me? Come on, little bee. And what do you take me for? It's good to have Lopez along, too, right? Hey, the three amigos. Yo, two men and a little cunt. Ah, he-he-he. Hey, Lucy, he called you a little cunt. Yeah, I wasn't talking about him, bro. Don't bring down a positive energy, Lopez. Me and my brother are having fun today. Hey, yeah, man, we are. We should do this for often, bro. Oh, B, shit. Before I forget, there's this email that I got that I thought you'd be interested in. Oh, yeah? What's that? Oh, you see? It's this doctor. He's a fucking genius. Yeah, he says he's made this bill that is gonna sort out that penis problem you got. Fuck off, bro. Oh, my God. Alter, der Typ ist echt der Hand. Oh, mein Gott. Oh, my God. Oh, my God. You see this guy, Lopez? What did I tell you? Yeah, I don't know, bro. I tend to stop listening when you open your mouth. Remind me again, what you paid for that place in Bronco, Bruxy. Huh? Oh, and the garage, too. How much did you pay? I don't want to talk about this. Oh, yeah, yeah. What are those properties worth now? Ha, ha, ha. You said I don't want to talk about it, okay? Shit. You see? Hey, what did I tell you, Lopez? Over-exposed like a stripper in Fleet Week. Only thing more useless than that little pecker of his is his portfolio. Eat that right, Bruxy? Hey, leave him alone, Mori. You're even more annoying than you should. He's a bit like you and Vic Tone, actually. Hey, you guys should start a debtors anonymous circle jerk together. Ha, ha, ha. Ah, here he is. Let's go talk to the bitch. Hey, buddy. Thanks for the tip-off. Here you go. Oh, thanks, bro. Hey, don't go spend that all in one place, chump. All right, people. Money talks and idiots walk. Put me up with a ride, Luis. Push that thing. Okay, dann machen wir das doch mal. Achso, Moment. Ich muss die mit erst nach unten bewegen. Hoch, ich muss ja noch was machen. There you go, bro. Werden die Plattformen jetzt irgendwie aufeinander gestapelt? Gehen die ineinander über? Das sieht irgendwie strange aus. Oh, ich kriege wieder so eine Karre. Endlich. Sag mir nicht, ich muss schon wieder so ein Rennen fahren. Ich mache die doch sowieso platt, die Wichskrippe. Okay. Alter, wie die Karre direkt schon wieder ausbricht, ey. Monsterteil. Alter, wo fährt denn der rum? What? What the fuck? Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. Will der einfach irgendwie... Ist der ein Adrenalin-Junkie, der einfach irgendwie... ...Action haben will er? Sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht diesen behinderten Triathlon gemacht. Und was war das gerade bitte für ein verkackter Taxifahrer, der eiskalt in mich reingefahren ist? Okay, okay. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen entspannter angehen, wa? Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Diese... Oh, 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 oh. Uncool. Was war denn das mit meiner Kamera gerade? Ja, echt mal. Ich bin da voll auf bloß der Seite, ey. Not cool. Warte, denn ihr müsst ja auch nicht warten. Ich bin ziemlich... Oh, oh. Ich bin mir gar nicht so verkehrt. Okay, ja, total straight. Oh, fuck. Oh, jetzt so ein Hotdog-Nein, wobei ich hab gerade richtig gut das Frühstück gehabt. Oh, fuck. Welchen Jump? Alter. Seid ihr behindert, oder was? Oh, oh. Was sollen das jetzt hier bringen? Jetzt haben wir uns selber voll in die Falle katapultiert, oder was? Ach, nee, wir sind ausgestiegen. Oh, 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 oh. Fucking intense. Yeah. Oh, ihr seht ihr little Lou hier, da? Er hat sich angefangen in seinen Panties, wenn der Kopp kam. Check es, Brucey. Ich denke, Lou hier könnte sogar noch ein bisschen größer als du. Wir sind fertig, oder? Ich meine, wir sind verletzt. Du hast deine Fahrzeuge, jetzt. Also, jetzt nicht mehr zu sitzen und hören zu deinen kleinen Mann-Bullshit. Sure, sure, Lou, sure, sure, sure. Du kannst gehen. Wenn du so dumm wie du siehst. Oh. Excuse me. Du hast eine Chance hier. Schau mir, schau mir, schau mir, schau mir meine Lippen. Ich kann dir Dinge tun. Komm, ach, Apprentiss. Ach, Intern. Minion, ja. Ach, Squireboy. Du, folgst mir alle herum, lernen, um zu sein, um zu sein, um zu sein, um zu sein. Keine Klub. Keine Tonie, Queen. Du, mein Freund, kannst du frei sein. Mori, ist das eine Schade, Mann? Ich meine, du bist der Mann, der muss etwas lernen. Schau mir, du bist verrückt, Mann. Vielleicht jemand kann dir das die größte Menschen-Ballschäge. Brucey, bitte, tut mir das jemand ein Wettbewerb. Brucey. Me? Du bist der Mann in der Familie mit einer Manners. Oh you think that I could learn something from little be here the marshmallow man more this pale piece of tar all right cut it out man is nothing but beyond pathetic Das ist das Mori, es muss ihn ausmachen! Ja, 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 ja! Ha 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 ha! Ja, sch000 Junge! Was das kass, Mann? Was der kass du machst? Oh, du weißt du die Regulatung! Ich bin disfors, Mori, ich habe vergessen! Never, never in der Tür! Oh, komm mal. Das ist Tag gewalt, du wißtst, dass ich dich verleutelte und treffend. Okay. Hör mal nicht aufалась Mama, okay? Okay, 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 just, you gotta take me home. Yeah, shit, okay, yeah, shit, come on, let's go, okay, okay, come on. Was eine verkackte Bitch, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will dich in dem Club oder so, okay? Ja, es hat etwas verursacht. Weil dieser behinderte Taxifahrer direkt in mich reingefahren ist am Anfang. Oh Gott, Höchstgeschwindigkeit, haben wir richtig gemacht, dicht verfolgt, ist irgendwie nicht richtig. Okay, wow, what? Whatever, man, I don't care. Ist das die geilste Karre, die ich hier gerade vor mir sehe? Ich denke schon, oder? Alter, so eine Färze, so eine Karre, krass. Respekt, lady. Irgendwie bin ich verwirrt, die ganzen Typen hier sind die ganze Zeit weiß. Ich bin dafür, dass wir uns das mal angucken. Das kann ja eigentlich nicht sein. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich meine, wie gesagt, ihr hättet wahrscheinlich in der letzten Folge dann darauf reagiert, aber ich konnte da noch nicht Kommentare lesen tun. Henrike möchte etwas von mir. Yo, äh, hab ein Lager mit F620ern und Bullets gefunden. Wenn du was brauchst oder andere Autos, ruf an. Hä? Aber jetzt kann ich mir wahrscheinlich die geile Karre, die ich gerade die ganze Zeit gecruised bin, auch von Henrike geben lassen. Und das finde ich schon mal ausgezeichnet. Und ich glaube, ich sehe die gerade auch hier und ich mag den. Alter, wo hat denn der seinen Tankdeckel? Ist der voll außen? Moment, ist der das überhaupt? Ja, ich glaube schon. Junger Mann! Sie können sich so einen Wagen sowieso nicht leisten. Machen Sie mal Platz. Ho, 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 ho Vielen Dank.